Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren, aber das macht ihr ja eigentlich immer, ansonsten will ich gar nicht viel rumlabern, viel Spaß beim Zuschauen, los geht's mit Bielefeld gegen Aue. Der FC Herzgebirge Aue musste sich im Derby geschlagen geben gegen die Nachbarn aus Dresden, obwohl sie dort in Führung gehen konnten, gegen Arminia Bielefeld wurde es jetzt nicht unbedingt einfacher und die erste Möglichkeit gehörte dann auch dem deutschen Sportclub, die richtig dicke Möglichkeit hier für Jonathan Klaus, aber der macht in der 23. Minute nur fast alles richtig. Jetzt aber in der 26. Sein Treffer, drittes Saisontor, eben noch mit dem Aluminium Bekanntschaft gemacht, jetzt hält er hier den linken Fuß hin und macht das hochverdiente 1 zu 0 für die Gastgeber. Halbe Stunde gespielt, nun auch mal die lila Pfeilchen, da ist Testrot erstmal, Behrend dazwischen und dann nochmal der Abschluss. Glück in der Szene, dass nicht der Ausgleich fällt. Testrot versucht sich da, Behrend nimmt auch die Hand raus und dann wird's ganz, ganz haarscharf. Nachspielzeit des ersten Durchgangs nochmal Bielefeld, Lukoki, Superflanke, Jonathan Klos am zweiten Pfosten völlig frei, Doppelpack des Rechtsaußen, eigentlich als rechter Verteidiger gekommen, lief auch zuletzt gegen Fürth schon als Rechtsaußen auf und das hat sich hier bezahlt gemacht. Und die Arminen hatten jetzt alles im Griff, Jabo steckt durch auf Fabian Klos, die Entscheidung, 54. Minute, sein 13. Saisontor, kürzlich noch sein Vertrag verlängert unter der Woche. Auch wenn Aue sich nicht aufgab, das war hier nicht mehr zu retten. Rizzuto hatte hier nochmal die Möglichkeit in der 61. anzuschließen, aber scheitert aus kürzester Distanz am klasse reagierenden Stefan Ortega Moreno. Und so gewinnen die Arminen zum Auftakt in den 28. Spieltag, deutlich mit 3 zu 0 gegen Aue. Regensburg empfing am Freitagabend den VfL Bochum. Eine Mittelfeldpartie, die aber gar nicht mal so uninteressant ist, denn spielerisch haben beide Teams durchaus etwas drauf. VfL Bochum mit dem besseren Beginn, Pantovic mit der Flanke und Lukas Hinterseer mit dem Kopfball. Nach neun Spielminuten war es aber noch nicht so richtig gefährlich. Die Bochumer trotzten dem HSV ein 0 zu 0 ab, am Ende hätte es sogar Strafstoß geben können, aber diskutable Szene. Am Ende war es 0 zu 0, durchaus trotzdem respektabel. Zweiter Versuch jetzt von Bochum nach vorne und in der 39. Minute stand es dann auch verdientermaßen. 1 zu 0, Tom Weiland nickt das Ding ein. Jetzt aber auch gut gespielt von Regensburg. Marco Grüttner, Marco Grüttner läuft da allen davon, das ist zu einfach. 1 zu 1. Die Gastgeber waren wieder zurück. Perfekt vom Pausenpfiff stiegen sie mit dem Treffer dann ein. Aber nach dem Pausenpfiff Bochum wieder stärker. Lucia nach außen gelegt, Weiland diesmal mit der Flanke, Hinterseer mit dem Kopfball. Und jetzt war es der perfekte Start für den VfL in den zweiten Abschnitt. Und sie drücken weiter, aber auch Regensburg mit offensiven Akzenten. Das 2 zu 2 auf jeden Fall denkbar. Jan George über die rechte Seite bringt die Flanke. Der Kopfball von Grüttner ist brandgefährlich, aber ohne Ertrag. Im Hinspiel hatte Regensburg in der allerletzten Minute zum 3 zu 3 ausgleichen können. Aber sie kam heute nicht mehr ran. Der VfL machte das 3 zu 1 in Person von Robert Tesche und damit auch die Entscheidung klar. Regensburg schlägt sich gut, muss sich aber gegen bärenstarke Bochumer geschlagen geben. Holstein Kiel musste sich Kölnern mit 4 zu 0 geschlagen geben, aber der FC St. Pauli strotzt auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen. Und das sah man hier von Beginn an. Mühling erobert den Ball. Lee bekommt den Ball. Mühling haut dann drauf. Und Robin Himmelmann muss eingreifen. Starke Parade des Schlussmanns, der braun-weißen. Aber es läuft aktuell überhaupt nicht bei der Elf von Markus Kowchinski. Glück in der Szene, dass es nicht 1 zu 0 für die Störche stand. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite kurz ausgeführt. Okugawa mit der Flanke und Lee um ein Haar mit der Führung. Der Druck wurde jetzt ins Unermessliche gesteigert. Der Treffer wollte aber einfach noch nicht her. Zweiter Durchgang, gleiches Bild. Von St. Pauli nach vorne nicht zu sehen. Lee Benesch, genialer Ball auf Okugawa und dann das folgerichtige 1 zu 0. 62. Spielminute, das dritte Saisontor für den Leihspieler aus Salzburg. Top gemacht. Der FC St. Pauli kam dann 10 Minuten vor dem Ende. Endlich auch mal zu einer Möglichkeit. Ersin C hier mit dem Kopfballversuch. Und das war tatsächlich die beste Chance der braun-weißen in der gesamten Partie. Ein hochverdienter Sieg nach 90 Minuten für Kiel, der mit dem 1 zu 0 noch schmeichelhaft für den FC St. Pauli zu Ende geht. Und die Gäste müssen sich für die Schlussphase der Saison nochmal so richtig was einfallen lassen. Der FC Ingolstadt hat schon wieder verloren. 2 zu 1 zu Hause gegen den SV Sandhausen. Und so langsam wird es dann knapp mit dem Klassenerhalt. Der MSV, er kämpfte sich 0 zu 0 gegen den FC St. Pauli und kam dann hier in der elften Spielminute zu einer richtig guten Parade. Havard Nielsen haut drauf, aber Philipp Schauner kann parieren. Glück in der Anfangsphase für die Schanzer, dass sie noch nicht in Rückstand gerieten. Und vor der Pause nochmal die Zebras. Tim Albutat mit dem genialen Ball auf Jean Fairhook. Und Philipp Schauner kann wieder mal parieren. Duell der Ex-Saint-Paulianer. Klasse Tat einfach von Schauner. Nach dem Wiederanpfiff jetzt die Gäste etwas stärker. Sonny Kittel und Lescano mit dem 1 zu 0. Fünfteste Saisontor wie aus dem Nichts. Die Führung für die Gäste absolut unverdient, aber wen kümmert's? Das sind hier ganz wichtige, essentielle Spiele. Und die Duisburger kamen jetzt erstmal nicht mehr nach vorne. Hoher Druck von den Gästen. Almokohen schießt drauf. Aber jetzt konnte sich auch mal Felix Wiedwald auszeichnen. Wir springen schon in die Schlussphase. Eine Niederlage für den MSV wäre extrem schmerzhaft. Und darf man sich eigentlich nicht erlauben. Oliveira Sosa mit der Flanke. Und dann am zweiten Pfosten Nielsen, aber zu harmlos. Schauner hält damit den Ball und den Sieg fest. Für die Gäste aus Ingolstadt und für den MSV Duisburg heißt es jetzt Tabellenplatz 18. Der SC Paderborn startete richtig gut in diese Partie. Kevin Behrens machte in der 13. Spielminute das 1 zu 0 gegen den Sportclub aus Paderborn. Die konnten Union Berlin bezwingen. An der alten Försterei gewannen sie mit 3 zu 1. Hier erzielte Kevin Behrens aber einen Doppelpack. 40. Minute 2 zu 0. Das war doch dann schon relativ überraschend. Auch wenn Sandhausen in den letzten Wochen durchaus aufzudrehen weiß. Klement brachte die Gäste in der 54. Spielminute dann wieder ran. Schön ausgespielt. Denn die L von Steffen Baumgart hat sicherlich nicht das Problem, fußballerisch gute Spielszenen in der Offensive zu entwickeln. So folgerichtig dann auch, dass 2 zu 2 in der 68. Spielminute jetzt kam von den Sandhäusern gar nicht mehr. Sie wollten sich in Richtung der Ziellinie zittern, vielleicht diesen Punkt dann auch mitnehmen. Aber Sebastian Schonlau machte ihnen in der 81. Minute einen Strich durch die Rechnung. One-Touch-Fußball à la Bonheur der Gäste aus Ostwestfalen. Und damit ein ganz, ganz verdienter Sieg für Paderborn. Sie gewinnen mit 3 zu 2 und bleiben damit an Union Berlin dran. Der 1. FC Köln hat es mal wieder getan und die Rhein-Energie-Stadion-Besucher zum Verzücken gebracht. 4 zu 0 gegen den KSV von der Kieler Förde. Und hier hatten sie auch die erste Möglichkeit gegen Heidenheim. Mit müden Pokalbein liefen sie hier auf, die Gastgeber, und waren froh hier nicht schon in den Rückstand zu geraten. Doch die Geißblöcke blieben dran. Geiß auf Cordoba, 11. Minute, 1 zu 0. Hochverdiente Führung für die Gäste. 14. Saisontor für Jean Cordoba. Und keine Chance für Kevin Müller zur Parade. Im zweiten Durchgang dann fast gar nichts los. Der 1. FC Köln ruhte sich auf dem 1 zu 0 aus. Kam jetzt erst kurz vor Schluss wieder. Und Heidenheim merkte man die Partie eben weiterhin an, die sie unter der Woche noch bestreiten mussten. Meinka verhindert hier Schlimmeres. Und das war eben nicht das 2 zu 0. Nachspielzeit nochmal der 1. FC Köln. Sie spielten es weiterhin souverän runter. Die großen Möglichkeiten blieben aus, deswegen hier auch gar nicht so viel zu zeigen. Aber eben im Stile einer Spitzenmannschaft. Tirodde direkt in die Arme von Kevin Müller. Am Ende bleibt es beim 0 zu 1. Verdienter Sieg für die Kölner. Nicht schön, nicht sonderlich spektakulär, aber effektiv. Und so ziehen sie hier aus der Feuillet Arena erfolgreich von dannen. Nach dem mäßigen 0 zu 0 gegen Greuther Fürth ist Dynamo Dresden nach Donnerstag immer noch ungeschlagen unter Christian Fjell. Jetzt kam der 1. FC Union Berlin, der zuletzt die erste Heimpleite in Kauf nehmen musste. Gegen Paderborn verloren sie mit sage und schreibe 1 zu 3. Die erste Möglichkeit gehörte hier den schwarz-gelben sechsten Spielminute. Hier wird es aber noch kein Problem mit diesem Distanzschutzschuss. Nun auch mal die Gäste, man nimmt der Flanke. Wahlquist erstmal dazwischen, köpft das Ding raus. Aber noch nicht endgültig geklärt. Lenz auf der linken Verteidigungsposition bedient dann Abdullahi. In der 19. Spielminute dann bis dato die beste Möglichkeit von Eisern Union. Aber Dynamo Dresden mindestens auf Augenhöhe und nun wieder nach vorne. Löwe mit der Übersicht. Schöner Ball, Wahlquist und dann Baris Artig. Klasse Tor. 44. Spielminute, sein 4. Saisontor. Wunderschön macht er das da. Heute in der Startelf für den verletzten Janis Burnic. Zweiter Durchgang beginnt mit Eckstoß für Diri. Dynamos von der rechten Seite. Von Dumic verlängert Ajax aus. Man drückt ihn dann über die Linie. 4. Saisontor auch für ihn. Und jetzt wurde es für Eisern Union richtig schwer. Nicht schon wieder verlieren, das kann man sich aktuell nicht erlauben. Ansonsten sind der HSV und der 1. FC Köln komplett von dannen gezogen. Hier hatten sie dann die Chance in der 64. anzuschließen. Aber Mané läuft etwas zu früh los. Sehen wir dann in der Wiederholung. Steht knapp mit dem Knie im Abseits. Schlussphase und diese zwei Tore waren kaum noch aufzuholen. Jetzt müsste der Anschluss her. Sebastian Andersson haut nochmal drauf. Aber Schubert war auch nicht zu überwinden. Abdoulaye versucht es dann nochmal mit der Flanke. Auch das wurde nichts mehr. Dynamo Dresden gewinnt am Ende mit 2 zu 0. Und das durchaus verdient. Macht hier eine richtig gute Partie. Und Fjell bleibt damit ungeschlagen. Gräuter Fürth musste gegen Darmstadt in der 60. Spielminute das 0 zu 1 hinnehmen. Jovan Jones steht am zweiten Pfosten relativ blank. In der Mitte wird es noch mit dem Klärungsversuch probiert. Aber das wurde nichts. 63. Minute also nur 3 Minuten später dann der Ausgleich. Daniel Keita-Ruel macht das ganz schön nach guter Vorlage. Haut er den Ball ins linke Eck rein. Aber das dauerte dann auch nur wieder 6 Minuten bis zum nächsten Tor. Serdar Dursun in der 69. Minute abermals mit der Führung für die Lilien. Die dann zum Schluss noch in der 90. Minute einen draufsetzen konnten. Jannik Stark mit dem 3 zu 1. Klar, das war dann auch die Entscheidung. Nickt das Ding ein. Und damit gewinnt Darmstadt. Und der Gramotze ist auswärts. Holt die nächsten drei Punkte. Und Gräuter Fürth muss eventuell nochmal nach unten schauen. Der Hamburger Sportverein spielt ja gefühlt zu Hause immer am Montagabend. Jetzt war der 1. FC Magdeburg zu Gast. Und Orel Mangala konnte ein fantastisches Tor zum 1 zu 0 erzielen. Das machte er hier dann auch ohne größere Probleme. Aber der 1. FC Magdeburg kam dann nochmal zurück. In der 57. Minute war es Philipp Türpitz mit dem Ausgleichstreffer. Dabei blieb es dann auch am Ende. Eine unterhaltsame Partie am Montagabend. Und der 1. FC Magdeburg erkämpft sich in dem Abstiegskampf, der so brennend heiß noch wird zum Ende. Einen wichtigen Punkt. Preußen Münster erwischte am Freitagabend gegen Meppen den deutlich besseren Start. Da war es Tobias Rühle in der 4. Minute, der den Führungstreffer für die Preußen erzielen konnte. Gegen die so starken Meppner, die zuletzt wieder gewinnen konnten. Dann glichten sie auch nach sieben Minuten schon aus. Markus Pioszek steigt da in der Mitte am höchsten. Normalerweise hätte man da an der Stelle Nick Proschwitz erwartet. Aber Pioszek macht es nicht weniger gut. Diese Führung hielt dann bis in die 45. Minute. Dieses 1 zu 1 hielt natürlich bis dahin. Bis dann Philipp Hofmann, das 2 zu 1 köpfte, kommt da relativ frei nach einem Eckstoß zum Kopfstoß, markierte damit eben die Führung. Die führte dann auch in die Halbzeit und in die Schlussphase. 10 Minuten vor dem Ende versucht es, der SV Meppen nochmal kam. Nochmal zu einer guten Möglichkeit, aber nicht zum Ausgleich. Preußen Münster gewinnt zum Auftakt in den 32. Spieltag mit 2 zu 1. Der 1. FC Kaiserslautern hatte die Gäste aus VfR Aalen im Fritz-Walter-Stadion gegen sich. Hatten die bessere Anfangsphase, mussten dann aber in der 23. Spielminute das 0 zu 1 durch Nikola Sesser hinnehmen. Gegen den Tabellenletzten war das nicht unbedingt das, was man sich hier erhofft hatte. In den letzten Wochen ein klarer Aufwärtstrend bei den Lauterern und dann auch mal Effektivität. Aber die ließen sie hier heute leider vermissen und so verlieren sie gegen den VfR Aalen. Extrem unglücklich mit 0 zu 1. Bei Oerding läuft es aktuell nicht. Trotzdem konnten sie in der 33. Spielminute das 1 zu 0 erzielen. Adam Matuschik mit dem Lupfer aus knapp 18 Metern. Macht er richtig stark, da sieht aber Kroll nicht wirklich gut aus. Auf der Linie ist es dann Blohmeier, der am Ball vorbeispringt. Sascha Hertel konnte in der 53. Minute für Lotte dann ausgleichen. Das war stark gespielt. Einmal schön rübergelegt am 2. Pfosten. Muss Hertel dann eben nur noch den Fuß hinhalten und zum Ausgleich einschieben. Sie drehten die Partie innerhalb kürzester Zeit. Maximilian Oester-Hellwig in der 57. mit dem 2 zu 1 für die Gastgeber. Lester Benz keine Chance aus kurzer Distanz. Wuchtig rein ins linke Eck. Kurz vor Schluss aber dann der Ausgleich. Eckstoß von der rechten Seite. Adriano Grimaldi köfft das Ding ein. Auf der Linie ist dann Langlitz noch da. Kommt aber nicht mehr entscheidend gegen den Ball an. Ärgerlich für Lotte. Doch das war noch nicht das Ende des Liedes. Sie kam in der 90. Minute tatsächlich doch noch zum Siegtreffer. Bei Jonas Hoffmann wird gut bedient und lupft den Ball dann halb hoch rein. 3 zu 2 gewinnt Lotte und die Krise bei den Krefeldern geht nach wie vor in die nächste Runde. Der Hallescher FC empfing im Erdgassportpark die Würzburger Kickers. Und das ist noch durchaus interessant im Kampf um den Aufstieg. Auch für die Gäste aus Würzburg. Ein Sieg würde sie auf 3 Punkte ranbringen an die Hallenser. Die Gäste hatten dann hier auch in Person von Breitkreuz die erste Möglichkeit. Über eine halbe Stunde gespielt. Nun backen sich auch die Gastgeber aus der Deckung. Wunderbare Flanke an den zweiten Pfosten. Da ist Tumor dann mit dem Kopf. Aber trifft dann nur das Außennetz. Nochmal Halle im ersten Durchgang. Arkenberg, Ponychef steckt durch zu Bentley, Baxter Bahn. Und Bettge muss sich nochmal auszeichnen. Kann sogar stehen bleiben. Bahn hat normalerweise die Qualität, den noch besser zu platzieren. Der Winkel ist einfach nicht optimal. Jetzt Fehler im Spiel nach vorne. Baumann dazwischen legt, rüber legt zu Breitkreuz. Der mit dem vermeintlichen 1 zu 0. Aber wir sehen es gleich in der Wiederholung. Das war eine Abseitssituation. Knapp, aber wohl in Ordnung. Die Fußspitze soll es gewesen sein. Keine halbe Stunde mehr zu spielen. Nochmal die Gäste. Die wurden im zweiten Durchgang immer stärker. Und jetzt war auch der Treffer da. Und jetzt zählt er. Dave Gnase, 64. Minute. Sein fünftes Saisontor. Super auch gespielt in der Szene. Und jetzt konnten sie nach vorne mehr Räume bekommen. Und diese nutzen sie auch. 78. Dave Gnase, Doppelpack. Der machte hier mit seinem sechsten Saisontor. Alles klar. Dieses Spitzenspiel gewinnt der Gast aus Würzburg mit 2 zu 0. Und der Hallesche FC verliert damit etwas mehr an Luft im Kampf um den Aufstieg. Der KSC spielte zuletzt bei Wien-Wiesbaden richtig gut. Musste sich mit 2 zu 0 geschlagen geben. Und daher stehen sie aktuell erst mal nur auf dem Relegationsrang. Gegen Unterhaching im Spitzenspiel sollte es nun erfolgreicher verlaufen. Aber die bessere Anfangsphase und die erste Möglichkeit hatten die Gäste aus Unterhaching. Nach neun Spielminuten war es dann aber noch nicht richtig gefährlich, weil Anton Fink dazwischen war. Nun auch der KSC. Wanicek bekommt den Ball von Purié. Der legt raus und Manuel Stiefler mit dem 1 zu 0 in der 20. Minute. Sein drittes Saisontor überlegt gemacht ins kurze Eck. Nichts zu halten für Königshofer. Zehn Minuten vor der Pause, aber nochmal die Hachinger. Dombrovka macht das richtig stark. Legt in die Mitte und Lukas Hufnagel scheitert an Ophoff. Der gut reagiert. Aber auch den Ball doch recht zentral auf den Körper bekommt und somit keine größere Gefahr für das Gehäuse der Karlsruher. Zweiter Durchgang. Nun mal wieder die Hachinger. Lange Zeit nicht zu sehen. Dombrovka mit der Flanke und dann stand es plötzlich 1 zu 1. Sascha Bigalke. 75. Minute. Ärgerlich jetzt für den KSC. Der Dreier wäre hier eigentlich unabdingbar. Und so spielten sie auch nochmal nach vorne. Nachspielzeit. Kubalt und Anton Fink, der den Ball clever nochmal nach außen legt. Rosbach. Lorenz mit der Flanke. Und da ist dann Marvin Purié. Aber Königshofer hält den Ball. Und den Punkt fest. Ein 1 zu 1, das dem KSC eventuell zu wenig sein dürfte. Unter Hachinger hat sowieso mit dem Aufstieg sicherlich nichts mehr zu tun. Und so tut es den Karlsruhern extrem weh hier nur, einen Punkt zu behalten. Der SVW in Wiesbaden ging durch Manuel Schäffler, den Matchwinner vom Spiel gegen den KSC mit 1 zu 0 in Führung. Kurz vor der Pause macht es der Top-Torschütze der Wiesbadener gegen Brinkis, der aus kurzer Distanz nicht mehr reaktionsschnell genug agieren kann. 59. Minute 2 zu 0. Starkes Spiel. Jeremias Lorch taucht dann frei vor Brinkis abermals auf. Diesmal ist die Distanz zwar durchaus machbar, aber der ist zu platziert geschossen. Und Daniel Kofi-Schere machte in der 74. Spielminute alles klar. Das war klasse gespielt im Stile eines Aufsteigers. So muss man es vielleicht jetzt schon betonen. 3 zu 0 gewinnt Wienwiesbaden gegen abstiegsbedrohte Zwickauer. Im Spektakel-Spiel gegen Fortuna Köln gewannen die Cottbusser mit 4 zu 3 nach 2 zu 3 Rückstand. Hier ging sie durch Streli Mamba im Ostduell gegen den FC Carl Zeiss Jena in Führung für den FC Carl Zeiss Dürftes, das ja schon gewesen sein zuletzt mit dem 1 zu 1 gegen VfL. Dimitra Rangelov machte dann in der 45. Spielminute bereits alles klar. Joe Koppens kann nicht mehr eingreifen. Die Cottbusser gewinnen mit 2 zu 0 und verschaffen sich damit neue Hoffnungen im Abstiegskampf. Der FC Hansa Rostock hat sich wirklich nochmal oben ran gerabt. Und jetzt zählt jeder Dreier. Jetzt muss man am besten alles gewinnen. Dann ist sogar der Aufstieg noch denkbar. Gegen Fortuna Köln mussten sie aber erstmal aufpassen, nicht in Rückstand zu geraten. Viel passierte nicht im ersten Durchgang, aber dann hatte die Fortuna eine richtig gute Möglichkeit. Nach einer knappen halben Stunde war das das brenzligste des ersten Durchgangs. Nun wurde die Kogge aber stärker im zweiten Abschnitt. Öztürk ist das, wird nicht richtig angegriffen. Hat die Übersicht. Trankovic, schöner Ball von Zucke auf. Mehr will die Biancardi und der Hämmer drauf. 62. Minute, die Führung für die Gäste. Bis jetzt etwas schmeichelhaft, aber das war toll gespielt. Und Fortuna Köln konnte nicht dagegen an. Die müssen besonders nach unten schauen. Gerne würden sie im Tabellenmittelfeld stehen, aber dafür verlieren sie zu häufig. Auch ganz wichtige Spiele, zuletzt 4 zu 3 gegen die Abstiegskonkurrenz aus Cottbus. Aber sie blieben dran bis zum Schluss. Die Gastgeber. Bröker mit der Flanke. Damani mit dem Kopfball. Unglaublich eng in dieser Szene. Der Ball wollte einfach nicht rein und Rostock zitterte sich jetzt Richtung Ziellinie. hatten jetzt aber die Möglichkeit noch alles zur Entlastung frühzeitig zu entscheiden. Succo mit dem Ball. Der ging aber nicht rein, weil Bischof da. Der Portugiese einmal am Pfosten, einmal am Keeper scheiter. Trotzdem gewinnt Hansa Rostock mit 1 zu 0. Über die 90 Minuten verdient. Und damit können sie weiterhin nach oben schauen. Der VfL Osnabrück konnte beim Sieg gegen Lotte schon fast alle Sorgen auf. Zumindest Platz 4 wegschieben. Trotzdem jetzt, wo man Platz 1 belegt, möchte man am Ende auch klar aufsteigen. Ohne eine Relegation. Sie machten hier gegen Braunschweig da weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Mit dem Tore schießen. Fünfte Minute. Anas Uahim läuft auf den ersten Pfosten und nickt das Ding aus. Kürzester Distanz. Dann ein Braunschweig. Aktuell ja ein sehr guter Verfassung. Seit Wochen, seit Monaten eigentlich schon. Trotzdem gegen Osnabrück war nicht viel zu holen. David Blache in der 31. Testet Jasmin Felsic, der sich mal auszeichnen konnte. Aber hier an der Bremer Brücke ließen die Gastgeber kaum mal etwas anbrennen. Und so weiterhin verdient diese Führung mit 1 zu 0. Jetzt mal die Braunschweiger kurz vor dem Pausenpfiff. Auch mit einer Bemühung. Osnabrück etwas ungeordnet. Weiter Ball. Aber dann konnte Kühn aufpassen. Heute Körpervertreter. Der hatte sich gegen Lotte am Kopf verletzt. Und musste dementsprechend ersetzt werden. Nun wieder Osnabrück im Offensivspiel. Rüttenwert die Flanke von Blacher. Direkt vor die Füße von Benjamin Goethe ab. Fünftes Saisontor. Setzt den Ball oben rein. Und damit war alles entschieden. Sie hatten noch Lust weiter nach vorne zu spielen. Blacher steckt durch zu Markus Alvarez. 3 zu 0. Das war jetzt richtig heftig für Braunschweig. Ganz so hoch hatten sie es hier eigentlich nicht verdient. Aber gegen den Tabellenführer waren sie qualitativ einfach überlegen. Wir sind in der Nachspielzeit. Braunschweig jetzt nochmal. Zumindest mit dem Ehrentreffer. Fragezeichen. Nährig Fürstner. Bernd Nährig. Aber Kühn. Nochmal mit einer tollen Parade. Der hatte hier einen richtig guten Job gemacht. Und damit gewinnt Osnabrück mit 3 zu 0 gegen Braunschweig. Absolut verdient. Vielleicht am Ende ein Türchen zu hoch. Der TSV 1860 München war in Großasbach zu Gast. zum Abschluss des 32. Spieltages. Und war die bessere Mannschaft. Trotzdem ging die Gastgeber in Führung in der 18. Spielminute. Janis Hoffmann machte das. Auf leicht angefeuchtetem Rasen kommt dieser Flachschuss. Zwar nicht ganz platziert, aber durch den tückischen Aufsetzer. Unhaltbar daher für Hiller. 1860 blieb dran und wollte schnell ausgleichen. Das konnten sie nicht mehr machen. Am Ende steht ein ärgerliches 1 zu 0 Aussicht der Löwen. Jo, das war es dann auch wieder mit der Pugnose. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.